Hat Sarah Engels gemachte Lippen? Diese Frage kam vor allem während Saras Schwangerschaft mit ihrer Tochter auf. Es hagelte damals Kritik, Sarah würde das Baby während der Schwangerschaft mit einer Lippen-OP gefährden. Doch Sarah klärte das Missverständnis schnell auf. Sie habe sich nur die Lippen nachpigmentieren lassen und das sei auch schon eine Weile her. Es ist wie meine Lippenfarbe, nur schön frisch, verrät Sarah Engels bereits im April 2021. Diese Prozedur habe sie zweimal machen lassen. Es ist zudem normal, dass Frauen während der Schwangerschaft vollere Lippen bekommen. Abgesehen von den Lippen hat sich Sarah ihre Augenbrauen microbladen lassen. Also herrscht in Sarah Engels Fall falscher Alarm. Ihre Lippen sind von Natur aus schön voll. Die Lippen sind von Natur aus schön voll.